Warte Zeit gucken? O zu Lutz O zu Lutz Ja, ich hab aber keine Fische Das geht nicht hier ab Also insofern Das wird mir den O zu Lutz nicht ganz so prickelnd Hä, was geht denn hier ab? Weiß nicht, was geht denn ab? Das freu ich mich jetzt mal an Okay Ah, jetzt schon Wer ist ein Messer? Wer hat ein Messer? Jetzt brauche ich ein Messer Jetzt brauche ich ein Messer Ja Ähm, Brauchst wieviel Rettstom Brauchst du? Ich hab' ich hab' Schup, 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 schup Komische Menge Schup, 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 schup Ha Den Gärten So Auch ein Schlein Zack, zack, zack 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 Ich brauche nur in EINEN Riesenbaum Und ne entsprechende Menge Ersatzlinge Das wurde mir Fürs Erste schon genügen Für den Anfang Haben wir schon Kakaobohnen? Ja, ne? Kakaobohnen haben wir, aber noch keine Nee, doch, dumm schon Bei mir müssten, glaube ich, in der Ehenkiste welche gewesen sein Das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch die Seetzlinge Wir brauchen hier nur noch Seetzlinge Vor einem riesigen Baum So, wo war noch einer hier? Oh, ja Sehr schön Oh, ja Gib's mir Ich brauch das Mehr Mehr Gib's mir Oh, ja Oh Oh, schön Nein Nein, hab ich nicht Ne, zwei Hm? Sondern zwei, oder was? Nein Ich hab keine Klatscher Ich hab ja zwei So wenig So wenig Geht's ja noch So Schick Das sieht doch mal gut aus Das gefällt mir doch mal Was mir nicht gefällt ist, dass ich im Grunde genommen fast keine Seetzlinge habe Ganz nur einen bis jetzt Zwei Da hol ich hier drei Riesenbäume weg und krieg fast keine Seetzlinge, ne, wa Ja Ja Kann ich Drei Vier Na ja, wohl gemerkt Ich hab ja Riesenbäume abgehauen Normalerweise fallen da Setztlinge ohne Ende raus Normalerweise, ja Ja, ja Jetzt kommen sie Jetzt kommen sie Noch und noch Jetzt kommen sie Ich brauch ja bei uns im Grunde genommen nur ein oder zwei Riesenbäume Das reicht mir ja schon Ein Riesenbäume reicht ja schon Ja Der würde mir für das erste schon genügen Fürs erste Als Holzlieferant Ja Nur genug für den Fürs Portal hab ich ihn mal Okay Hört sich gut an Hast du Obsidian abgeworrt? Nee, hast du gemacht Donali Ich bin grad dabei Ja Ja Was hast du gemacht? Warum ich Redstone brauchte Ja, sei ja Hast du bei mir noch aus der Kiste geholt? Mhm Ich hatte so Ich hab noch ein Steck 27 hatte ich noch Wo hast du so viel Wo hast du so viel Redstone, ja? Äh, ich war in der Höhle Ja 11 Ich hab mir doch auf Höhe 11 nicht langgebuddelt 11 Heb ich nicht mal mitbekommen Au Aber ich hier auch schon die 7 Diamanten habe Plus die Diamantschbittacke plus das Diamantschwert Ich weiß nicht dass du das überhaupt hast Entschuldigung du hast mir nicht erzählt Nee, hast du nicht. Wirklich nicht. Okay. Aber ist ja auch egal. Jetzt sagten die Uhrzeit. Alter, ich muss mal langsam nach Hause. Schade. 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 So 16 Stück habe ich. Ich habe eigentlich schon alles genug, aber das eine baue ich nicht. Okay. Dann kann ich ja das Portalhaus weiterbauen, oder? Ich meine, ich muss ja auch noch runter, ich muss mir noch einen Zaubertisch bauen. Achso, wie machen wir das jetzt? Jeder seinen eigenen Zaubertisch? Also ich habe einen Zauberraum, ich weiß nicht. Wenn du deinen eigenen bauen willst, dann musst du kein Tee machen. Nee, das ist für mich wurscht. Oder du kommst halt zu mir ins Haus und wir bauen den da auf. Ich kann ja auch ruhig bei mir zu Hause bauen, das ist kein Problem. Bei dir? Ja. Oder bei mir, weil wie gesagt, ich habe den Zauberraum schon fertig. Ich zählen darf. Ja, reicht. Ich packe mich noch einmal so ob sie hier rein. Falls wir mal so ob sie dann brauchen, dann kann man sich ja direkt nehmen. Äh. Jetzt habe ich ein bisschen Probleme, glaube ich. Na, die Hacke packe ich auch da rein. In die Tour, die dort ist. Plus das Ding, ja. Ich habe noch zwei mehr als wir eigentlich brauchen. Gut. Äh, 18 brauchen wir ja für den Tisch und alles. 18? 18 brauchen wir für beide Tische. Achso, so rum. Für beide Tische und Portal. Hm. Äh, 18 brauchen wir schon praktisch in der Tour noch mit beiden, ja. 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 Oh, die ganzen vielen kleinen Slimes, die sind zu süß. Ja, ich muss mal was trinken. Immer kurz abgaben. Ja. User disconnected from your channel. Ja. Komm, mein kleiner Schleim. Komm her. Fine. User entered your channel. Ja. Das ist falsch außerdem drückt, tut mir leid. Macht nichts. Ich habe jetzt 16 Schleimbälle. Wolltest du dich nur muten, ne? Du bist versehentlich ausgestiegen. Ja. Ja, weil ich habe meinen, ich mache es ja hier über den Minimieren. Achso. Über den Minimieren und dann unten rechts, dann mache ich halt rechtsklick drauf. Achso. Da habe ich mich ein bisschen verklickt. Wie war unsere Position? Unsere was? Unsere Sache war, wo das Haus ist. Ich habe immer noch nicht verstanden, aber gut. Jetzt kam gar nichts angekommen. Ja, aber uns weiter gesagt. Achso. Bis Nacht, komm nach Hause. Bist du schon da? Nee. Nee. Schön wär's. Ich bin hier mitten im Sumpf. Das ist mein Problem. Wo bist du denn? Mitten im Sumpf, sag ich doch. Mitten im Sumpf. Wim Sumpf. Wo bist du denn? Mitten im Sumpf? Mitten im Sumpf. Ja. Kommt du nach Hause? Äh, wenn du mir die Koordinaten gibst, könnt ihr die Probeer nach Hause kommen. Oh, nein, Zombie doch Corona mit einer Schaufel. Aber du bist, ist ne Eisen-Schaufel oder Steinschaufel? Ah, der hat dich nicht fallen, also schade. Also du kommst nach Hause? 3 77 68 620 muss erst mal gucken wo ich jetzt wieder da hinkomme ja oder nein ja ok danke ok ok sie auf den Weg nach oben das habe ich ja gefragt ja ok die läuft als Skelett hinterher und ein Schleim springt da in dein Haus du kannst jetzt nicht schlafen es sind Monster in der Nähe du kannst jetzt nicht schlafen es sind Monster in der Nähe oh